Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends! Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Shyvana im Jungle. Mit dabei ist der Jun und er spielt Lissandra auf der Top-Lane und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. So Die Feinde Demacia´s werden feilen. Demacia. Demacia. Muss ich auch mal wieder spielen. Garvin? Ne Garen. Ja mit der Stimme von? Keine Ahnung. King of Queens? Ich weiß nicht wer denn Arthur? Ne. Nein. Kevin James. Die Hauptrolle. Ehrlich? Loll. Ja. Der hat die deutsche Synchronstimme von Kevin James. Loll. Musst du mal drauf achten. Ist kein Scheiß. Geil. Also von Duck meinst du ja? Ja von Duck. Da hat Cinsão dass die deutsche Synchronstimme. Ja, da ist der Schaden schon echt nicht ohne. Nein, nein. Wer zum Druck machen kommt, dann... Ist doch schon übel. Ja. Scheiß, warum hab ich Idiot denn beim Blue gestartet? Ey. So ein Mist. Sowas dummes. Shyvana beim Blue starten. Ja, das hab ich mich auch gefragt. Aber sagen konntest du nichts. Hab ich nicht gemacht. Ja. 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 Fits war im Mittag. Habe ich gesehen. Oh, ich komme mal hoch zu dir. Ja, getroffen. Komm, komm. Nein. Fuck. Kann doch wohl nicht wahr sein. Mann. Scheiß. Jawohl, nice. Ich habe das gleiche mit dem Fett gemacht. Ne. Wollte er dich auch da einfach kommen? Ne, ich habe ihn einfach so gemacht. Achso. War aber nicht schön jetzt von mir. Verdammte Greed. Ich dachte, weil er Exhaust drauf hat, da kriege ich wenigstens nur einen Auto-Attack drauf. Er hat Rettlich ein Blue. Das muss man gucken. Herrlich. Aber sein Rettlich hätte ich schlimmer für mich. Hm. Ich habe das Lust von mir. Okay, ob man wenigstens ein bisschen am Farmen geändert. War auch erst Level 4 der Fitz. Ja, der ist ja bei mir auf der Lange gestorben und hat seinen Blue-Buff abgegeben. Der nette Typ. Ja Mann, ich hab den Trainer jetzt den Red-Buff abgenommen. Wie, hast du ihn jetzt auch noch gekillt? Ja, ja, ich geh 10-0. Nice, Digga, nice. First-Time Nissandra. Nein, nicht First-Time, aber... Hehehe. Das ist ja Level 6. Ich hab keine Gold. Das ist ja auch so schlecht. Naja, ich hab ihn ja mit... ich hab ja meine Level 6 ausgenutzt. Er ist ja mich reingestammt an Level 5, ich bin Level 6 geboren und hab ihn getötet. Hehehe. Ja, der Level 6 Vorteil, der bringt einiges. Ich hab schon Magierese gebraucht. Oh, Botline drängen die aber auch gut zurück. Vom Farm her klappt's auch gut. Bis jetzt sieht alles noch recht gut aus, außer meine Feed-Aktion am Anfang. Das jetzt ist ja kon. Das ist ja auch mal, was ich bin. Also habe ich. Ich verstehe mir das. Das mache ich. Ja, es sollte nicht mehr Zeit in den Augen, wo ich sein muss. Oh, das ist ja auch gerade ist. die mitte smith da ist wieder oh, Ori hat gerade Blue gekriegt Fizz kommt zu dir hier durch ich bin aber auch direkt dahinter können wir holen der hat Exhaust drauf nein, oh, ich habe Tower Agro, aber jetzt muss ich raus hau ab, ja, ich habe schlecht gesagt hmm, schade, Mensch beide kein Flash das sah so gut aus eigentlich ne, ist nicht egal ja, hätte besser laufen können, ich hätte keinen Mana ich habe auf meinen Mana nicht geachtet achso, leu mein Dave war jetzt nicht schlecht von dem, was ich vorhatte sondern war schlecht, weil ich keinen Mana hatte ne, von der Sache her ich dachte auch, du Christi, ich habe extra noch so lange in Tower getankt, wie es ging wozu denn, wir hatten Minions ne, dass du keine Tower Agro kriegst, wenn du die angreifst wie hast du das bitte gemacht, du hast die doch gar nicht anrühren können doch, klar ist auch egal, wie ihr euer war, ich hatte ja Tower Agro ja ja, wenn der jetzt ein Kill bekommen oder der Flitz, ich weiß es nicht ich glaube, der Flitz hat einen Kill ich glaube, ich sollte nicht mehr oh, warte mal ah, damn it Rom ist auch wieder so ein dumm Latscher soll er doch da nicht alleine gegen 3 reingehen und ich habe dann nicht mehr ich habe dann mit dem und ich habe dann auch ich habe dann Jawoll, fettes Dingern, Alter. Schön niedergemacht, den Knellch. Das ist eigentlich voll dumm, was hier gerade abgeht. Ich kann diesen Champion nicht, aber das Setup erlaubt es mir einfach den Typen nass zu machen. Ja, das gibt's. Gegen gewisse Setups hast du halt wirklich keine Chance. Ich nehme dem jetzt auch den Tower. Ah ne, er kommt. Die Kraft durchsträumt, Mensch. Die Kraft durchsträumt, Mensch. Die Kraft durchsträumt, Mensch. Okay, kein Blut mehr für Diana. Wäre ich abgegeben? Ne, sie hat ihn noch gar nicht. Sie wollte lieber fighten, anstatt den Blut zu holen. Das geht jetzt. Okay. Ah, gut. Kein Admin, das haben wir noch. Er hat alles gewastet. Ich hätte ihn mir jetzt auch geholt. Ich kann aber halt nicht so oft buffen. Ich hoffe, ich hätte Mr. Sonya's. Ich muss den Battlern, glaube ich, wirklich sicken. Ja, mach mal. Ich habe keine Probleme gegen ihn drin. Ja. Der hat jetzt alles gewastet und alles falsch gemacht. Ja. Wo hat die dich denn jetzt? Wo hat die dich denn jetzt geholt? Weil Diana eins gegen drei geht und ich ihr helfen wollte. Hm. Ja. 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 Da könnte jetzt mein Tower kriegen, wenn der Flitz vielleicht mit rotiert. Mal schauen. Aber ich denke nicht. Ja, der war gerade Mitte. Ersten Drake haben sie jetzt auch schon. Welchen Drachen haben sie denn? Welchen Drachen haben sie denn? Wolkendrache war es, glaube ich. Ja. Ich komme mal zu dir. Ja. Hat der nicht wirklich gebraucht. Mal gucken, was vom... Der ist nicht gelang. Ja. Ja. Aber er hat auch nicht gebraucht. Wenn dann sie, weil die im Jungle... Musst du nur einen Pink kaufen, Digga. Ich geh mir jetzt nen Red Smite holen. Ey, Red Smite. Das Wort Dinge. Orakel. Der Typ ist gegangen, das heißt, der Power ist free. Das ist gut. Der Jena hat ihn auf der Botlane gekriegt, das ist auch gut. Okay. Jetzt wissen wir, wo er war. Ja. Jetzt kommen sie alle zu dir, denke ich. Dammit. Das nächste Gute. Kann man halt auch nicht alles coveren, Dinger. Nee. Nee, dann nicht. Ja, jetzt hat er wieder gute Chancen gegen mich. Warteln pusht aber auch die ganze Zeit, da kann man nicht gegen ihn gehen. Ja, kommt die Zeit nämlich zum yesten. Das, wo das ist? Ja, gar nicht. Kann man hier nicht traten? Dann geht doch mal kurz aus. Das ist ja so. Dann geht doch nicht. Ah, wieder voll reingepusht. Gebe ich der Diana erstmal in Blue? Ich muss mir, glaub ich, Moralonomikon brauchen. Ich hab da halt nicht so viel... ...Fahrtheit gezogen. Naja, der hat sich Blade of the Looney King gekauft. Er ist nöscht. Ähm, was musst du dir kaufen? Moralo. Das war's Heilung. Jaja. Er kann mich halt nicht gucken. Na, Mitte, geht scharf. Ich gehe. Nö, wohl doch nicht. Da war der Fitz. Mh-mh. Neun-hundert... ...dannannannann... Nein! Ich geh einen Drake machen. Ah, ist der S-Reil. Nice. Ah, guten Job. Okay. Jetzt versuche ich mir noch einen S-Reil zu kaufen. Okay, Flash raus. Oh, leu. Huh. Hm. Ja, der S-Reil, ja. Der Iceborne-Gauntletz, der kann halt gut halten. Ja. Muss aufpassen, der kann halt wieder seine Ult haben. Ja, das macht jetzt nichts mehr. Hoffe ich. 550 Leben. Hm, wenn ich dich alleine trage, sowas nicht, Alter. Eben hab ich schon eingehabt, dass er sie nicht gehabt hätte. Ja. Wär ich noch gestorben. Aber wie gesagt, ein Flash hat er raus gehabt. Ich hab ein bisschen Pech gehabt, weil eben mein Smite war eine Sekunde zu spät ready. Das hätte ich ihn gekriegt. Ich hol mir jetzt noch Titanische Hydra und dann gehe ich Full Tank. We können mir nicht passen. W Umm. W Umm. W Umm. W Umm. Aber einmalhin ist von der Drakes jetzt auch ausgeglichen. Kommen wir entgegen. Okay. Danke. Oh, jetzt muss ich mit dir helfen. Oh, naja. Wie können die denn den Braum einfach so wegklatschen, ey? Das gibt's doch gar nicht. Oh, Diana. Ja, genau. Aufpassen. Nein. Ah! Puh. Dammit. War ich dann doch noch ein bisschen greed. Ja, ja. Das ist eigentlich nicht gut, Digga. Weil du gibst Leuten Kates, die gerne Kates haben sollen. Sonst wie Trinder, man wird einfach nur stehlich. Der war doch noch gar nicht da, oder? Trinder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber okay, Trinder, stimmt. Der war nicht da, aber Fitz ist auch so ein Egliger-Champ-Oriana. Die Ult, die steht durch schon 5-0. Ja, ja, aber ich hab mir da ein Double geholt. Und ich wollte noch mehr. Mhm. Ja, Trinder, da kann sich nachher an meiner Sound-Mail kaputt holen. Werde ich mir nämlich auf jeden Fall holen. Aber wir brauchen viel CC für Trinder. Hab ich. Ja. Oh, oh. Die fighten da, glaub ich. Leute, so schnell hab ich noch nicht mal wieder Ult ab. Wie er doch schon wieder prügeln wollt. Was ist das? Oh, die sind glaub ich alle hier, Profi. Ja, ich kann TP'n. Okay. Oh, Fitz ist in deine Richtung unterwegs. Ich weiß nicht, wo er war. Da ist er. Achso, ich dachte wir kloppen dann nieder. Na gut. Ah, Kate ist gar nicht da. Mist. Ah, das war jetzt mal richtig Mist. Verdammte Ulti. Ich werde Aureolten immer. Ah, jetzt wird's hart. Jetzt haben wir denen doch nen ganz guten Vorsprung gegeben. Mhm. Das war aber auch ne Scheißfight da. Ich konnte gar nichts machen. Wir machen Feuerdrache. Mhm. Ich hab's gesehen. Drin da ist aber nicht da. Haben sie schon bei. Ach maaaannn. Hm. Aber jetzt lässt sich die Caitlin da unten von dreien abfangen. Schreien gehabt. Schreien gehabt. Schreien gehabt. Schreien gehabt. Keiner ist Reile mehr hier. Nö. Drin da fehlt. Ja, alle fehlen. Und ich zieh die Hanna. Ich hoffe die Catelyn pusht da nicht wieder soweit. ich komm zu dir hoch hat Exhaust okay, wunderbar ich will weiter fluschen ja Können wir das machen, ja. Kann supporten. Nein. Okay. Ich laufe aber, ich habe ja rumgehabt. Ich mache eh nicht so viel Schaden am Bellen. Ja, Schaden mache ich schon ganz gut, aber wer bekommen war Besuch. Komm mal. Okay, ich habe ihn gesmited. Okay, ich muss jetzt erst mal raus. Oh, der S-Red-Red buff ist so'n Scheiß. Nice. Ace. Okay, Mitte pushen. Alle tot. Ja. Pushen mal, weil die müssen reaktieren. Dann macht die Top. Jo. Doch, ein bisschen geht noch. Die Feinde der Marzias werden kaputt. Ja. Okay, haben sie. So. Raus. Dann wurde der Push. ja das ist auch 2200 gold ich muss gleich mal weg hier nimmt den blue die anerkennen besser gebrauchen ja egal hauptsache einer von uns so ich jetzt erst mal back 2500 gold damit will ich nicht sterben naja jetzt hole ich mir eiskalt zorn ich bin nicht da sehr geil drin das top da könnte ordentlich weitermachen ich gehe mitte dürfte jetzt eigentlich keiner kommen nein weg 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 ok also ich habe tp ich kann gleich wieder kommen aber ich sterbe sonst nicht die kaitlin ist tot hat sie mit ult gerettet ich gehe noch mal entgegen verdammte ult ich hasse drinnen der ult ich konnte nichts dagegen machen ärgerlich ich nicht ich bin zu Gast ich bin zu Staunten vielleicht Corporate den 13 während er ist so ein widerlicher dad drin da habe ich ja so ein widerlicher champ Naja, alle mit diesem Unsterblichkeit, hasse ich. Egal ob's Kayle ist oder Trinamehrheit. Ich kann mir doch kein Dings kaufen. Morello ist aber... Jana? Can you... Morello? Ich hab alles wieder ab, Sonja's. Na gut, würd ich sagen, groupen wir. Ey, das reimt sich. Wait for Kayle. Ja, ich hab noch einen Slow drauf gekriegt. Nein, die Ult. Neu. Naja, schon halb tot. Wollen wir wirklich fighten? Mhm. Mal Baron machen, ne? Gleich wieder. Geh ich erst nochmal Base. Oh, haut bloß ab da. Seid ihr noch im Game? Ja. User left your channel. Genau. So, ich geh mal Worts clearen. Wenn hier irgendjemand mir entgekommt, so wie der drinnen da. Aha. Oh, vorsichtig. Die können dann eigentlich nicht contesten und mit Baron haben wir den Wind in der Tasche, denk ich. Ja, guck mal, die sind alle am Deathen. Ich muss nur richtig smiten, dass ich mir von Ezreal nicht klonen lasse. 12 Sekunden noch. Rinder, drinder. Boah. Boah. Komm, Nasher. Nasher können wir machen. Ja, ich bin aber ziemlich angeschlagen. Ich muss nur jetzt nehmen. Ich muss nur jetzt nehmen. Die Enden sind wieder da. Okay. Back und dann finischen. Alle top. Ja, auf Braum warten. Naja, der kommt. Ja, doch. Bot ist richtig. Komm, 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 komm. Bot. Ja. Top ist auch zu gefährlich da. Nee, nee, es geht um den Drachen. Ah. Okay. Logo. Ja. Kann auch mal nicht wahr sein. Oh, wo will denn der Braum hin? Alter. Naja, der hat direkt denk. Kann das machen. Ja, ja. Aber trotzdem. Crazy. Wartet wenigstens auf Minions. Haha. Wartet wenigstens auf Minions. Haha. Wartet wenigstens auf Minions. Oh, ich komm da nicht mehr raus. Kein Schatz. Aber. Ja, das sieht sehr, sehr geil aus. Okay, ich mach den anderen Inhat da und dessen. Jawohl. Und der ist auch Geschichte. Gibt es überhaupt noch mehr? Ja, ja. Nur noch Bart. Nice. Und wie hat der Manny das andere gefallen? Doch, war ganz nice. Kann man nicht sagen. Ich bin nicht. Ja. Hier ein ziemlich geiles Spiel, würde ich sagen. Hab ich gestern gesehen bei der LCS, wie die es gespielt haben. Hab ich mal nachgemacht. Hat mir voll gefallen, wie der Typ gespielt hat. Ja und wenn euch das Game auch gefallen haben sollte, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ran. Im Mal nachgemacht. Chin. G Rin. ��. G Dreim. Gib ich lion.